So, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar wurde heute am 3. Oktober Impreza auf Version 4.8 geupdatet und ich möchte mir mit euch sofort angucken, was alles neu ist. Und zwar sieht man das Ganze, wenn man auf ThemeForest, ich gehe mal dahin zurück, wenn man auf dieser Impreza-Seite ist und hier runter geht, ja, dann findet man hier ganz unten das ChangeLog. Das sieht man hier. Das ist wichtig, damit man sieht, alles klar, welche Fehler wurden behoben in der neuen Version, die ab heute draußen ist und welche Features wurden hinzugefügt, also hier Edit, was wurde verbessert, was wurde geupdatet und was wurde als Fehler behoben. Das sind diese Labels hier. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Und zwar ist hier eine neue Option hinzugekommen. Und zwar hier ist es jetzt wohl möglich, dass man Sidebars als Menü-Items hinzufügt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden hier. Ich habe es mir auch noch nicht so ewig angeguckt. Ich werde auf jeden Fall Impreza gleich erstmal installieren. Wie gesagt, es ist erst heute rausgekommen. Und dann gucken wir uns an, was hiermit gemeint sein könnte. Dann habe ich hier die eingebettete Möglichkeit, dass ich jetzt SVG-Files hochladen kann und in Theme-Elementen verwenden kann. Das bedeutet, ich kann wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo was, wenn ich jetzt ein Logo zum Beispiel als SVG-Datei hochlade, kann ich es als SVG-Datei einbetten und es wird angezeigt und ich kann es überhaupt hochladen. Das hat mich früher schon oft genervt, dass ich erstmal so einen SVG-Enabler oder so einen File-Extension-Enabler installieren musste. Dann habe ich Full-Support für rechts-nach-links-Schriften sozusagen. Im WooCommerce, das interessiert mich jetzt weniger, weil die deutsche Sprache ist nicht recht nach links, Englisch ist nicht rechts nach links. Ich denke, Arabisch zum Beispiel ist rechts nach links. Also für alle von euch, die arabische Websites haben, natürlich sehr interessant. Dann habe ich hier Verbesserungen. Zum Beispiel habe ich hier die CSS-Größe, wird reduziert, indem beispielsweise das Custom-CSS-Field wird eingebettet, was ziemlich cool ist eigentlich. Custom-CSS ist der, den man oben über diesen Customizer hinzufügen kann. Dann habe ich Generated-CSS-Style-of-Headers hier, dieses Improvement. Das hört sich auch sehr genial an für die Seitengeschwindigkeit, dass jetzt die Header sozusagen, nur dann wird der CSS-Code geladen, wenn auch wirklich verwendet wird. Das ist ziemlich geil und das kann die Seitengeschwindigkeit drastisch erhöhen. Das ist sehr geil. Portfolio-Elemente benutze ich nicht, deswegen interessieren mich diese Breadcrumbs hier nicht. Aber wer schon immer vielleicht Probleme mit Breadcrumbs hatte, das sollte jetzt gelöst sein. Oder sollte wenigstens besser sein. Dann kann man jetzt hier diese Theme-Update-Notifications hier erhalten, wenn Impreza nicht aktiviert ist. Vielleicht auch cool. Und dann neue Visual Composer-Elemente werden unterstützt. Zum Beispiel Icons for Backend-Editor. Mal schauen, wie das aussieht, das Ganze. Dann habe ich ein paar Updates noch, nicht nur Verbesserungen, sondern auch Updates. Und zwar hier zum Beispiel Brand Color auf YouTube-Links. Das wird jetzt nicht so viel interessieren. Vielleicht die YouTuber unter euch. Dann habe ich ein Update für den Header-Bilder. Und die Translation-Files, die mit dem Theme gebundelt kommen. Da kann ich nur noch mal darauf hinweisen, es gibt so ein Translation-Project von Impreza. Impreza Translation-Project. Und zwar findet man dann hier, wenn man hier ein bisschen runter geht, unter poeditor.com. Hier findet man das für Sapphire und für Impreza, findet man hier mehrere Sprachen. Und hier sind so Übersetzungs-, ja, so kollaborative Übersetzungsdateien. Hier sieht man, dass Impreza 99% übersetzt wurde. Okay. Und dann gibt es hier noch so ein paar Fixes, die möchte ich jetzt nicht alle so durchgehen. Das sind kleinere Fehler, von denen ich natürlich wahrscheinlich viele noch nicht so erlebt habe, weil so viele Fehler sehe ich immer gar nicht so. Also, das werden sehr, sehr individuelle Sachen sein. Wenn ich mir mal eins hier rauspicke, WPML-Translation-Issues mit den Headern sozusagen. Und das Menu-Dropdown, das wird natürlich nur bei Leuten sein, die WPML verwenden zum Beispiel. Ich zum Beispiel benutze ja auch oft inzwischen Q-Translate-X, also betrifft mich das gar nicht. Genau, also das sind sehr individuelle Bugfixes hier da unten, die nicht auf jeden zutreffen. Okay, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie es aussieht, wenn wir auf Version 4.8 updaten. Und das machen wir auf premium-kratzbaum.de. Ich melde mich da gleich mal an. Hier ist jetzt noch die Version 4.7 installiert. Ich kümmere mich da ja immer darum, dass ich sozusagen im Rahmen meines Kurses, den ich habe, den verlinke ich unten hier unter dem YouTube-Video. Ja, ist jetzt ein bisschen Werbung an dieser Stelle für meinen Kurs. Dass ich in meinem Kurs, da achte ich ja auch immer darauf, dass ich auch mal zeige, wie man Updates macht und dass ich gerade diese Seite hier immer auch aktuell habe. Also, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier 4.7 drauf habe und nicht 4.6 oder so. Na, es ist 4.7, genau. Also ich streng mich da schon immer sehr, sehr an. Und wenn ich jetzt mal hier auf Design klicke, dann sehe ich hier diese rote 1. Was ich früher immer gemacht habe, im Presa habe ich immer deinstalliert und dann wieder installiert, also neu hochgeladen. Inzwischen ist das Ganze schon sehr smooth, sage ich mal. Also es ist schon richtig astrein. Ich kann einfach hier zack, klick, klick und schon habe ich das Ganze aktualisiert. Die meisten Fehlerquellen sind oft deswegen, weil jemand im Presa aktiviert, aber diese Add-ons, die mit im Presa kommen, weil die nicht mit aktiviert, wollte ich schon sagen, weil die nicht mit aktualisiert werden. Also nicht, die sind dann sozusagen inkompatibel zu einander. Deswegen ist es super wichtig, dass ich auf Plugins gehe. Und hier habe ich es jetzt schon öfter mal so gehabt, da hatten zum Beispiel Kunden, die hatten Seiten, da haben die irgendwie was installiert gehabt, so Plugins, die sich um Updates kümmern. Und die musste ich erst deaktivieren, damit ich dann überhaupt diese Theme-Packaged-Aktualisierungen mitbekommen habe. Ich habe es jetzt hier sofort, aber das waren so Update-Manager und die haben das Ganze hier ausgestoppt. Ich sehe jetzt aber zum Glück hier bei mir, alles klar, ich kann hier alles mal updaten. Und vor allen Dingen sind super wichtig, dass diese gebundelten Sachen, der Header-Bilder, Moment, wo ist der? Der müsste eigentlich auch eine neue Version bekommen. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt die richtige Version ist, vielleicht hat er die ja automatisch mit installiert, dann sehe ich hier 2.0.4, Header-Bilder to Version 2.0.4. Und hier steht 2.0.3. Das sieht also mehr als verdächtig aus. Wenn ich sowas update, also wenn ich generell ein Update mache, mache ich eigentlich auch hier über Updraft Plus mache ich immer eine Sicherung. Übelst wichtig. Also ich habe jetzt hier auf Aktualisieren geklickt. Diese Seite ist momentan bei All Inkel gehostet. Und bei All Inkel habe ich halt immer mehrere Backups, auf die ich mich auch verlassen kann. Aber das Einfachste, was man machen kann, ist sozusagen, dass man ein Backup durch Updraft macht. So, und bei Updraft gehe ich halt jetzt auf hier sichern. Genau, ich gehe auf sichern und dann warte ich, bis das durchgelaufen ist. Aber damit möchte ich euch jetzt nicht quälen. Ich möchte hier weiter rüber gehen. Und ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich hier sozusagen, ich gehe nochmal hier auf Design, dass ich jetzt diese Aktualisierung bekomme vom Header-Bilder. Und dafür gehe ich einfach mal zurück auf Design. Dafür gehe ich mal zurück auf Design. Und ich sehe jetzt, ah, alles klar, ich habe jetzt Impreza noch gar nicht richtig aktualisiert. Ich gehe jetzt nochmal hier drauf. Ich habe wahrscheinlich gerade, ja, warum auch immer, muss ich mir das Video dann später mal angucken, was ich da geklickt habe. So, jetzt steht da aktualisiert. Jetzt gehe ich nochmal auf Plugins. Und ich kann das verifizieren, indem ich auf Impreza da oben drauf gehe. Und jetzt sehe ich, alles klar, jetzt 2.04 und jetzt, ja, Jetpack muss ich jetzt nicht unbedingt updaten. Aber jetzt gucke ich, jetzt sehe ich hier auch, alles klar, VP-Bakery-Visual-Composer gibt es ein Update. Und dann ist es auch noch wichtig, die Add-Ons für den Visual-Composer, dass die auch mit aktuell sind. Das ist natürlich eine wichtige, witzige Version hier. Genau, aber die sollte auch aktuell sein. Und wenn das beides geupdatet ist, Header-Bilder-Visual-Composer, dann sind wir all set. Wo ist der Header-Bilder? Header-Bilder. Alles klar, ist jetzt up-to-date. Und jetzt ist alles wieder cool. Ich habe hier wenige, beziehungsweise gar keine Aktualisierungs-Aufforderungen mehr. Eigentlich müsste das hier noch aktualisiert werden. Und dann ist alles cool. Wenn ich jetzt auf Impreza mal in einem neuen Tab gehe, jetzt mal auf Impreza im neuen Tab gehe, gehe ich mal hier drauf, wird sich nicht so viel verändert haben. Aber ich habe hier oben 4.8. Sehr gut. Meine Kopfbereiche lege ich ja inzwischen hier an. Ich habe hier den Side-Header jetzt. Ich gehe mal auf Bearbeiten. Und genau, mein Kopfbereich sieht jetzt immer noch super in Ordnung aus. Alles klar. Im nächsten Schritt gehen wir ganz kurz aufs Frontend und schauen uns mal an, ob unsere Seite jetzt noch in Ordnung aussieht. Dafür gucke ich in der Regel nicht nur diese Seite an. Ich sehe jetzt mein Menü zum Beispiel. Ist weg. Einfach weg. Und dann gucke ich mir so Sachen an, wie zum Beispiel den Footer und ich gucke mir gerne die Unterseiten an. Und was ich wahrscheinlich jetzt machen muss, ist, dass ich im Header-Bilder, war wahrscheinlich doch nicht alles da, dass ich hier mal schaue, ob das Menü noch richtig verknüpft ist. Ich nehme mal hier Hauptnavigation ganz kurz. Mal schauen, ob es jetzt wieder angezeigt wird. Und mein Menü ist wieder da. Und dann gucke ich mir vor allen Dingen so Produktseiten an. Ich mache mal eine Testbestellung, wenn ich jetzt einen WooCommerce-Shop habe. Aber jetzt wollen wir auch noch mal ganz kurz hier auf diese neuen Funktionen drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade in diesem Moment hier verstanden. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, eigene Inhalte zu einem Dropdown-Menü hinzuzufügen. Es ist sogar möglich, Sidebars als Menü-Elemente festzulegen, steht hier. Create a Sidebar, populate, also ich sollte populate it, also ich sollte die Sidebar veröffentlichen, mit Widgets drin, und dann soll ich die zum Dropdown-Menü hinzufügen. Okay, probieren wir das Ganze aus. Wir gehen sozusagen hier auf die Widgets, die ich habe. Das geht hier unter Design. Design Widgets. Hier gehe ich hin. Und hier erschaffe ich mir sozusagen jetzt eine neue Sidebar. Ich habe ja schon eine Sidebar zum Beispiel, meine Standard-Sidebar. Eigentlich hatte ich auch immer Sidebars mit, ich sehe jetzt gerade, witzigerweise wurden auch meine Sidebars zerschossen. Das ist natürlich mega schade. Das hatte ich auch schon super, super oft, dass ich ein Impreza-Update gemacht habe. Wenn ich jetzt nicht viel Zeit hätte, würde ich ein Rollback meines Updates machen. Aber was richtig schlimm ist, ist, dass in diesem Fall jetzt die Sidebars zerschossen wurden. Das ist mega nicht cool. Wie man das Ganze wiederherstellen kann, ist, ja meistens zerschießt ja nicht die Sidebar an sich, sondern die Widgets werden sozusagen hier als deaktiviert gesetzt. Und das ist natürlich super doof, weil ich hatte halt hier super viele Widgets angelegt und so weiter. Zum Beispiel hatte ich hier dieses Bild hier. Das ist zum Glück nicht komplett gelöscht, ja. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich kann das wieder in meinen Container reinschieben. Wer jetzt natürlich 100 Sidebars hat, der muss definitiv nochmal nachschauen oder den Support von Impreza fragen, ob die das irgendwie fixen, dass man zum nächsten Update, dass die nicht kaputt gehen. Aber jetzt seht ihr zum Beispiel, dass ich die wieder da reinziehen kann in meine Standardseitenleiste, dass die also nicht verloren sind wenigstens. Also ich hatte hier zum Beispiel Audiodateien, hier mein Intro für YouTube, irgendwie sowas. Das habe ich hier, ja, das hatte ich da irgendwie in der Standardseitenbar. Dann hatte ich hier zum Beispiel meinen Gutscheincode. Lasst uns das mal anschauen. Genau, das war mein Klicktipp-Dings hier. Genau, mein Klicktipp-Opt-Inform. Das kann ich hier auch wieder reinziehen. Und man muss natürlich ganz genau gucken, alles klar, wie sah meine Seite früher aus? Witzigerweise könnte ich jetzt ein Rollback machen, dass ich meine Seite sehe, wie sie früher aussah. Was ich aber übrigens auch machen kann, ist, dass ich meine URL nehme, hierhin kopiere und jetzt kommt der Profitrick. Ich gebe Site davor ein und dann gucke ich mir nochmal ganz kurz an, wie meine Seite im Google Cache aussieht. Dafür gehe ich auf dieses kleine Dreieck im Cache und sehe, dass Google meine Seite als letztes so gesehen hat. Das heißt, ich sehe die Reihenfolge. Ich sehe 20% auf alles und dann gucke ich mir meine Seite im Gegenzug an, wie sie jetzt aussieht. Ich sehe hier, okay, ich habe hier deinen 20% Gutschein sichern und hier habe ich 20% auf jeden Artikel. Das bedeutet, ich habe offensichtlich das falsche Widget wieder hinzugefügt. Ich gehe jetzt nochmal hier runter, gehe auf Text hier, Moment, Newsletter und dann habe ich hier das Newsletter, das Sign-Up-Formular. Hier steht nichts von 20%. Wohl, Moment. Was war das für ein Text? Im Google Cache sieht es so aus. Auf jeden Artikel. Durchsuche ich also mal meine Widget Area hier auf jeden Artikel. Hier, das ist es. 20% auf jeden Artikel. Das heißt, ich schnappe mir das und scrolle nach oben, tu das hier da rein und dieses 20% Gutschein sichern, das lösche ich wieder. Ihr seht also, dass es sehr geil ist, wenn mal Sidebars kaputt gegangen sind, dass ich mir dann sozusagen die Sidebar nachbaue von der Seite, wie sie im Google Index aussieht. Und die kann man halt aufrufen, indem man die Seite bei Google aufruft. Jetzt habe ich hier leider sozusagen, mein Style ist leider kaputt gegangen. Ah, jetzt, gerade wird mir auch viel klar, was ich gemacht habe, bevor ich jetzt alle meine Sidebars weiterbaue. Ich habe ja Impreza gewechselt, glaube ich. Habe ich Impreza gewechselt? Moment, da muss ich auch sehr drauf achten. Ich habe jetzt Impreza aktiv und ich hatte aber vorher das Child Theme aktiv. Kann das sein? Jetzt ist das Child Theme aktiv. Jetzt gehe ich mal wieder hier drauf und lade jetzt mal die Seite neu. Ah, da ist es. Da sind auch meine Einstellungen. Weil, und das ist ganz wichtig, dass die Customizer Settings, die Customizer Settings sind verknüpft, zum Beispiel. Deswegen war da auch dieser graue Hintergrund. Daran ist es mir eben aufgefallen. Die Customizer Settings sind verknüpft mit dem Theme, welches Theme ich aktiviert habe, ob es Child ist oder ob es nicht Child ist. Und, ähm, in dem Fall jetzt hier habe ich das gerade gemerkt, halt, weil ich den grauen Hintergrund nicht hatte. Und, meine Widgets sind sozusagen auch mit dem Theme, das ich aktiviert habe, verknüpft, also mit dem Child Theme. Ich muss eben irgendwie im Update-Prozess das Kern Theme aktiviert haben und nicht das Child Theme. Und im Child Theme ist aber hinterlegt, welche Widgets ich sozusagen wo hinterlegt habe. Sieht alles super easy aus. Jetzt sieht alles so aus, wie die Seite auch in meinem Google Index wahrscheinlich vor einem Tag gecrawled oder irgendwann. Ich kann das hier oben sehen, ne? Also ich sehe hier im Cache, wenn ich da draufgehe, ähm, bei Google, dann sehe ich hier, diese Seite wurde am 1. Oktober, also vor zwei Tagen, im Google Index gesehen. Heute ist der 4. Oktober, genau. Gestern war Tag der Deutschen Einheit. Alles easy, genau. Perfekt. Okay, passt mal auf. Ähm, dann kann ich das jetzt wieder schließen und jetzt gucken wir uns das mit Menü an. Also wenn ich jetzt mal in irgendein Menü, zum Beispiel hier unter Produkte, hier möchte ich eine Sidebar hinsetzen oder unter Blog möchte ich eine Sidebar oder unter Startseite. Ähm, das probiere ich ja aus, indem ich wieder in mein Backend reingehe und, ähm, ich sollte eine Sidebar veröffentlichen und ich habe eine Sidebar. Also das haben wir eben gesehen. Unter Widgets habe ich jetzt meine Sidebars. Widgets und dann habe ich hier zum Beispiel meine Standardseitenleiste. Was ist, wenn ich die ins Menü packen möchte? Oder wenn ich beispielsweise, ja, eigentlich ist es schon schöner, wenn ich hier eine Seitenleiste erstmal anlege und sage Menü unter Startseite. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte diese Startseite anlegen sozusagen. Ähm, dann gibt es Plugins, womit ich sozusagen Widgets klonen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier, genau, da habe ich einen irgendwie Widget-Kloner oder so heißt das, da drücke ich einfach auf Clone und dann habe ich ein zweites Widget. Das bedeutet, wenn ich sozusagen eine neue Seitenleiste anlege und ich möchte da Dinge drin haben, wie zum Beispiel auch ein Newsletter-Signup, dann könnte ich hier einfach auf Clone gehen, weil ich kann es natürlich rüberziehen, aber dann wäre es ja aus dieser Seitenleiste weg. Wenn ich auf Clone gehe, dann kann ich es da einfach ein zweites Mal rüberziehen. Ähm, das findet ihr sicherlich, wenn ihr einfach mal das WordPress-Repository durchsucht. Clone, hier genau, Widget-Clone heißt das Plugin, super Handy, super geil. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich sozusagen auf meine Menüs gehe, auf Design-Menüs, also erst haben wir die Seitenleiste gepopulated, also veröffentlicht und jetzt kann ich sie irgendeinem Menü hinzufügen. Probieren wir das mal aus. Ich sehe hier unten links schon, Seitenleisten. Wenn das nicht aktiv ist, geht man hier oben auf Anpassen und dann kann man hier Seitenleisten hinzufügen und noch ganz viele andere Sachen hier zu seiner Ansicht hinzufügen. Und dann füge ich jetzt hier Menü unter Seitenleiste zum Menü hinzu. Boah, jetzt bin ich gespannt, mein Herz klopft. Und dann packe ich das hier unter Startseite und gucke mir das dann an, wie das aussieht. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, sieht doch ein bisschen beschissen aus, ne? Muss ich schon sagen. Ja, muss man wahrscheinlich nochmal ein bisschen extra Style dran. Ich meine, okay, ich habe immerhin jetzt hier so ein Sign-Up-Formular. Was natürlich schön wäre, wenn ich so ein bisschen Platz hier jetzt rechts hätte, damit ich das Ganze gut sehen kann. Deswegen kann man generell sagen, wie viel Padding bei Impreza bei jedem Menüpunkt rechts ist, damit ich das Menü ein bisschen breiter machen kann. Jetzt gucken wir uns mal an, ob das geht. Es müsste in den Theme-Optionen gehen beziehungsweise im Kopfbereich müsste das gehen. Ich habe es neulich gerade erst gesehen, dann gehe ich auf Header bearbeiten, auch der supergeile Trick übrigens, dass ich dann hier meine Navigation bearbeite und kann hier sagen, dass der Abstand zwischen den Hauptartikeln, Hauptartikeln, Hauptmenüpunkte vielleicht eigentlich richtig übersetzt, dass der größer sein soll. Ihr seht jetzt, das ist jetzt natürlich zu groß, aber ich sehe mein Dings hier ein bisschen besser. Wenn ich das Ganze stylen will, dann gehe ich hier halt auf Seite unter Zoom mit einem Rechtsklick und dann muss ich jetzt erstmal gucken, das ist jetzt Advanced hier. Das bringt mich auch regelmäßig zum Wahnsinn. Wenn ich jetzt hier draufgehe, dann gucke ich, was passiert, ob hier irgendwie CSS-Code hinzugefügt wird. Hier. So. Was passiert? Manchmal wird hier irgendwas mit Active hinzugefügt oder Hover. In dem Fall hover ich halt einfach nur darüber, deswegen gehe ich hier drauf. Hover. Yes. Funktioniert super genial, weil früher wurde noch immer eine klasse Toggle oder irgendwie sowas hinzugefügt und dann war es ein bisschen schwieriger, das zu debuggen, aber was ich halt jetzt machen kann, ist, dass ich hier wieder draufgehe und dass ich sozusagen hier ein bisschen am Style arbeiten kann. Das heißt, ich schnappe mir dieses Element, dieses Widget und sage zum Beispiel, alles klar, dieses Widget soll ein Padding von 50 Pixel haben. Sieht besser aus, ne? Ist ganz kleiner Trick, aber ganz, ganz groß. Ja, also es sieht schon viel besser aus. Ich könnte es jetzt auch viel schmaler machen, das gesamte Ding. Das hier zum Beispiel hier unten gefällt mir auch nicht, das kann ich jetzt auch untersuchen. Ja, aber ihr seht, ihr solltet eigentlich nur das Schema verstehen, deswegen, jetzt muss ich wieder das Hovering hinzufügen. Ihr seht, das ist manchmal sehr, sehr lästig, dass man sozusagen so ein Hover-Menü inspiziert. Ich muss mir wieder das Menü, den Punkt raussuchen, wo gehovert werden muss und hier muss ich das Hover hier drüber anstellen, damit ich das dann sehen kann, damit ich dann sozusagen auch das hier debuggen kann und mir dann das raussuche, dem ich eben hier diesen Padding gegeben habe. Ich schnappe mir das dann und verknüpfe es, das haben wir eben gelernt, mit meinem Theme. Ich gehe jetzt hier oben auf Customizer und verknüpfe es direkt mit meinem Child Theme, haben wir eben gelernt, das ist direkt mit dem Theme verknüpft. Und jetzt habe ich dieses Padding für immer und ewig gespeichert. Wenn ich jetzt neu lade, genau. Und das hier, das mache ich dann mal ganz in Ruhe da, das Padding. Dann habe ich Startseite, zack, und kann mich hier direkt anmelden. Ist das geil? Das ist ein geiles Feature, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir uns das nächste Feature an. Ich kann jetzt SVG-Files hochladen. Nein, das gucke ich mir ehrlich gesagt nicht mit euch an. Das würde das Video hier jetzt noch weiter verlängern. Ich denke, alle für euch, die schon mal SVGs hochladen wollten und dabei gestoppt worden sind von einer Mediathek bei WordPress wissen, cool, es funktioniert jetzt. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass es nur zum Beispiel im Header hochgeladen werden kann, aber nicht über die Mediathek. Könnte man ausprobieren. Wenn man zum Beispiel auf flaticon.com jetzt hier mal einen SVG runterlädt, ja, zum Beispiel ihn hier, der sieht schön aus. Moment, ich kann jetzt hier auf SVG gehen, kann mir halt schön hier irgendeine Farbe für raussuchen, ja, und gehe auf Download, Free Download. Und dann probieren wir es jetzt mal aus. Also hier kann ich sicherlich jetzt draufgehen und kann ein Bild auswählen, kann ein Bild auswählen und kann mir jetzt sozusagen mein Happy People Smile hier hochladen. So, jetzt. Jetzt, ich konnte es wirklich in die Mediathek hochladen, ich gehe auf Änderungen, Änderungen übernehmen, genau. Und jetzt, jetzt gehe ich da drauf hier. Und ich konnte in SVG hochladen, perfekt. SVGs sind halt mega schön klein, wenn das so, ja, da oben ist es. Passt jetzt nicht so super geil dahin, aber ich habe mir SVG eingebettet, ich konnte es in die Mediathek hochladen. Probieren wir nochmal, ob ich es generisch auch in die Mediathek jetzt hochladen kann. Weil früher musste ich immer so ein File Extension Plugin installieren dafür. Es funktioniert. Also das Theme sozusagen bringt die Funktion mit, dass im WordPress global freigeschaltet wird, dass ich SVG Mime Types hochladen kann. Das ist ziemlich geil. Und dann das Dritte ist, eben das gucke ich mir jetzt wirklich nicht mit euch an. Und diese Sachen hier, das sind alles nur kleine Improvements, von denen man wirklich nicht so viel mitbekommen wird, würde ich jetzt mal sagen. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber die geediteten Features waren mir sehr wichtig. Ich denke, du hast in diesem Video mega viel gelernt. Hast du? Supergeil. Dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, weil es wird nicht weniger interessant in den nächsten Videos. Ich beschäftige mich gerade noch mega mit AdWords. Ich habe ja nochmal ganz kurz Werbung für meinen anderen, für meinen WordPress- und SEO-Kurs. Der ist unten in der Beschreibung. Ich mache viele kostenlose Videos. Gerade in meinem Newsletter verschicke ich sehr viele Videos noch, die ihr nie bei YouTube sehen werdet, die wirklich nur für Newsletter-Abonnenten vorbehalten sind. Da könnt ihr euch für anmelden über cmsvideos.de. Genau. Hier könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden. Macht das auf jeden Fall. Newsletter-Abonnenten sind viel wert für uns, für unser Business, damit wir sozusagen auch unsere Kurse darüber vertreiben können, aber auch wirklich wertvolle Inhalte darüber verschicken können. Und genau, unten in der Description ist der Link zu meinem Kurs. Ich arbeite gerade an einem AdWords-Kurs noch. Das wird super, super spannend. Wenn euch solche Themen interessieren, abonniert den Kanal, gebt dem Video hier ein Like. Ich hoffe, ich konnte dich updaten hier mit Impresa und wünsche dir viel Erfolg mit deiner Website. Dein Malte. Malte. Untertitelung des ZDF, 2020